Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen Livestream-Ankündigung. Und zwar werden wir heute Abend um 20.15 Uhr auf Twitch.tv, Link unten in der Videobeschreibung, Ark Survival Evolve spielen. Ja, habe ich einfach Bock drauf. Socken wir. Wird schon gut. Ich habe da schon angefangen ein bisschen zu spielen. Wir haben ein kleines Häuschen, wir haben schon ein paar Dinos. Das werden wir auf jeden Fall. Das Haus muss noch abgegradet werden. Hier und da muss noch was gemacht werden. Ich will noch ein paar Dinos zähmen und so weiter und so fort. Und ja, das spielen wir. Sollte am Ende dann noch Zeit sein, spielen wir noch ein, zwei Ründchen Call of Duty Black Ops 3. Und ja, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!